Jetzt geht's los. Also gut, ich bin Cornelia Reich und wir betreiben hier einen Hoflader im Bioland Milchviehbetrieb. Und wir verwerten einen Teil der Milch selber hier auf dem Hof. Und da haben wir extra Käsemilch mit Heumilch und quasi eine A2-Gruppe, die also die verträglichere Milch ist. Und wir machen von Frischkäse, Joghurt, Quark, Weich, Schnitt, Hartkäse, alles durch die Bank. Also da ist der älteste Käse circa vier bis fünf Jahre und der jüngste ist quasi 14 Tage. Und alles mit Händen gepflegt, also Handarbeit oder Made Hand oder wie man auch heutzutage sagt. Ja, wir sind mehrere Mitarbeiter hier auf dem Hof und eine gute Gemeinschaft. Und wir versuchen uns gegenseitig zu helfen, ob es im Laden ist oder beim Melken oder beim Kühereiter von der Weide. Ja, wir versuchen einfach hier auf dem Hof eine Gemeinschaft zu haben. Und der Laden hat quasi Donnerstag, Freitags und Samstag offen. Dann besitzen wir noch ein Regiomat und von Montags bis Freitags käsen wir.